Mein Name ist Max, bin Servicetechniker und seit 13 Jahren bei NIMAG. Meine Aufgaben beim Kunden sind Schulungen von Personal, Betriebnahmen von Schweißzangen und Instandhaltung und Wartung, Service. Ich bin stolz darauf, dass die Produkte bei sämtlichen namenhaften Herstellern in der Automobilindustrie im Einsatz sind. Als Servicetechniker kommt man viel rum. Ich war zum Beispiel schon in Mexiko, Belgien, Niederlande, Österreich, Ungarn, Schweden. Mein letztes großes Projekt war in Mexiko, wo ich für ein halbes Jahr lang gearbeitet habe. Mein Kollege Max war vor kurzem in Mexiko und hat höchstwahrscheinlich sogar genau die Produktion mit unseren NIMAG-Produkten von diesem Fahrzeug, in dem wir gerade sind, miterlebt. Die Verständigung in Mexiko war meistens auf Englisch. Mit einigen Mexikanern, die auch sehr gut oder mittlerweile relativ gut Deutsch sprechen, die haben mir so Fachbegriffe auf Spanisch bzw. Mexikanisch beigebracht. Schweißzange, Pinza Soldatura. Man hat bei diesem Projekt auch einige Freundschaften geschlossen mit mexikanischen Kollegen, wo man auch am Wochenende oder abends mal zusammen feiern gegangen ist. Das Tolle an NIMAG sind die Kollegen, das Umfeld, die Produkte, die Flexibilität und dass ich jeden Tag neue Aufgaben habe. Ich bin froh, hier arbeiten zu dürfen und wer einmal bei NIMAG ist, wird auch sein Leben bei NIMAG verbringen. NIMAG ist für mich die perfekte Verbindung zwischen der Region Wissen und den Kunden weltweit. Ich bin die Verbindung zwischen dem Produkt und dem Kunden.